Einen wunderschönen guten Morgen meine Damen und Herren, ich bin's euer lieber Odo. Willkommen zurück bei Sam & Max Hit The Road. Das letzte Mal sind wir zu diesem Tiki Palace Inn gefahren und haben dort Informationen zu zwei weiteren Orten bekommen. Dem Gemüsemuseum und dem Dinosaur Tarpit. Ähm, ich glaube, all diese Orte gibt es wahrscheinlich wirklich in Feinlichtern. Ähm, weiß nicht, fahre zuerst im Gemüsemuseum einfach, weil ich glaube, dass es der dümmere Ort ist. Oh Gott, ein Mann in Kürbisform, oder ein Kürbis in Mannform. Oh, der Book Depository. Never mind that. What about the string beans behind the fence on the grassy knoll? Celebrity Vegetable Museum. Celebrity Vegetable Museum. That avocado is Governor Connolly. Now this is where it all happens. It's making me hungry, Sam. You don't want to eat these veggies, little buddy. They've all got faces on them. And? Ah, das ist der Weg. Your likeness from picture. Monomania. I can't believe Harrison actually agreed to this. It is a stunning likeness, though. It's amazing what they can do with mushrooms. Indiana Jones and the Temple of Shrooms. Indiana Jones and the Temple of Shrooms. Okay. Okay. Remainder Conroy Bumpus Eggplants. I guess his 15 minutes of fame are about up. Okay. What the holy mother of Gord is this? Oh, isn't it obvious? I grow vegetables in the shapes of famous celebrities. For a small beef, I'll grow a vegetable from a photograph. Oh, that would have been my second guess. So what do you know about Bigfoots? Well, they don't translate well into vegetables. I've been experimenting with the idea for a while. There's just no such thing as a furry vegetable. Check out our fridge. Check out our fridge. Ha 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 ha. Furry vegetable. I'm going to go. Look at that batch of Conroy heads over there. Well, I was trying new growth hormone for some of my more distinguished personalities. When I realized it was no good. Now it won't stop. They just keep growing like that. Deep, niche-shaping growth on top. Reminded me of Conroy Bumpus. So I ran a special. I grow more fascinated by the moment. So what's the biggest thing in vegetable celebrities right now? I can't believe I lived long enough to hear you say that, Sam. You may not believe this, Sam. But the biggest thing right now is miniaturization. Miniaturization? Peas. Peas? I know, I know it seems impossible. All we are saying is give peas. Oh. Oh. Well, bye. Your likeness from picture. Can we take them? Ah. Now I know how we are going to things. Now I know how we are going to the bag. We are going to this thing. We are going to the bag. Instead of this. Ah. Ah. Can I just take them? No. Was that all of us, what we got here? Schlechte Gemüsewitze. Dafür haben sie einen ganzen Bildschirm gebaut. Das kann's nicht sein. Es muss hier noch irgendetwas anderes geben. Bitte sag mir, dass es hier noch irgendetwas anderes gibt. Oh. So. Okay. Okay. Wollen wir das gleich ausprobieren? Ich würd schon sagen. Weil dann sind wir, glaube ich, nämlich dort fertig. Ja, dann haben wir, glaube ich, alles aus diesem Haus, was man halt kriegen kann. Wieso ist da die Tür offen? Hm. Okay. Okay. Ah, großartig. Haben wir das Ding trotzdem? Yep, wir haben es trotzdem. Großartig. Okay. Nichts? Wahrscheinlich müssen wir die zwei auf ihn geben, dann gehen wir das noch drauf. Okay, fahren wir zum Tarpit. Mal schauen, was wir dort noch kriegen. Wahrscheinlich irgendwas zum Kleben. Immerhin ist das ein Tarpit. Dino Bungal National Memorial. Dino Bungie. Okay, warte mal. Ich jetzt? Let's do George. George, George, Boforge, Banana, Boforge, B5, Boforge, George! There isn't any president, we can't rhyme! Sie springen aus seiner Nase Bungie. Find ich gut. Dino Bungie National Memorial. Oh, aus denen springen sie auch. Let's do Thomas. Thomas, 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 Pofomas, Banana, Fanna, Pofomas, B5, Pofomas, Thomas! Let's do Teddy. Teddy, 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 Pofetti, Banana, Fanna, Pofetti, B5, Pofetti, Teddy! Okay. Let's do Abe. Abe, Abe, Fofabe, Banana, Fanna, Fofabe, B5, Pofabe, ABE! ABE! Hmm. Was die Dinosaurier sind sie, Sam? Von der Größe der Großartige Extentions, ich würde sagen, sie waren ein paar Brickabrachiosaurier. Sie sind gefährlich? Sie sind nur Roboter, Max. Die Dinosaurier wurden für Millionen Jahre altes. Sie haben nichts gesagt. Haha. Haha. Look, eine 70-million-jährige Statue mit kein Graffiti. Ich dachte, es ist etwas missing. Wo sind die Crayons? Keine Ahnung. Warum nicht? Sie sind artistisch inept. Kann ich einfach mal seine Toe-nails roh? Vielleicht später. Push-button, um zu hören Rex zu sprechen. Mhm. Hallo. Mein Name ist Rex, der Thunderlizard. Während der Zeit der Zürich, ich war der König des Dinosaurier. Wie Sie sehen, meine kleine Beine sind ziemlich gut. Ja, ja, danke. Ja, ja, danke. Danke. Wir rufen sie an. Ja, okay. Ich weiß nicht. Nein, dieses Haar hat die gleiche Korsigkeit als Sasquatch-Haar. Du glaubst nicht, dass sie die Sasquatch-Sasquatch-Sasquatch machen, um diese schweige Roadside-Attraktion zu machen? Wer weiß. Mehr wichtig ist, wer geht. Mehr wichtig ist, wer geht. Wie können wir das Zeug nehmen? Ich würde ganz gerne die Haare nehmen. Wofür haben wir das? Was? Nein. Ich hätte schwören können, dass wir mit einer Raspel das runterkriegen. Wir brauchen dieses Haar sicher, oder? Das Hotscha. Hm. Schaut irgendwie nicht so aus als... Es ist eine große, stürze Schnucki. Ich hätte besser den Magneten erstmals nehmen. Vielleicht... Wo? Ich kann nicht diese Dinge zusammen benutzen. Nicht? Ich kann nicht überlegen, wie viel dieses Mammoth-Haar respektiert als Sasquatch-Haar. Okay, vielleicht finden wir ja noch was besseres. Gehen wir weiter nach rückwärts. Da unten gibt's, glaube ich, einen Haar Pit. Wie gesagt. Da hab ich mich erinnert. Vielleicht, wenn wir das Haar kriegen... Ah! Dafür könnten wir das Ding verwenden. Dafür können wir jetzt dieses Ding verwenden. Komm schon. Ich wusste es. Ich wusste es. Okay, das heißt wir müssen da irgendwie durch. Können wir mit denen sprechen? Was passiert hier, du süsser Rack-A-Muffin? Was sieht es aus, Farbface? Du solltest mehr Respekt vor deinen Eltern zeigen, Sonny. Respekt das Bowser-Brett. Oh, kann ich ihn jetzt pummeln, Sam? Nein, Max. Puberty wird genug für diesen. Wahrscheinlich. Wir wollen den Tar-Slide. Die Linie formen in der drüben, Chef. Oh, die Humanität. Woher? Geh' los, Squirt. Okay, wir müssen das Ding, das Kind, loswerden. Ich glaube nicht, dass er das will. Ja, aber ich will's. Ich bin nicht der Tar-Slide, über Max's fur. Oh, es ist ein natürlicher Wirdland-Creatur, über die Erwanderung der Menschen. Und sein Freund mit dem Schnäu, sieht man sich auch in die Spaß. Okay, wie kriegen wir die Kinder da weg? Wir müssen diese Kinder loswerden. Wie kriegen wir die Kinder weg? Geld? Wir können nicht rechen... Nein, offen... Mit dem Polen? Das denke ich mir auch nicht, aber... Wer weiß... Festpinken? Wollen wir das bitte da unten lassen? Max, was sagst du? Und? Rasp, rasp, rasp. Du verlierst es, Sam. Ich bin gespannt. Wer ist es? Was müssen wir jetzt tun? Ich sage, wir gehen zu der Bigfoot Party und es wie Skylab. Danke. Es hilft mir nur nicht wirklich. Was ist das? Die Linie ist nicht so schnell. Die gleiche Sache könnte sich über die Plotten sagen. Das ist nicht lustig, Max. Ich glaube nicht. Es könnte die Schlage unterstützen. Besonders, die Linie nicht bewegt. Das ist nicht lustig. Das ist nicht lustig. Das ist nicht lustig. Die schaut mal freundlicher aus. Nicht so wie die anderen. Das ist nicht lustig. 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 Es ist nicht lustig. So lange, Cutie. Warte, du brauchst du dein Banshee Jumping Safety Suit. Nur einen, hinter dem Schraub. Okay. So, was do you think? It fits you just fine. Oh, stand back, she may pounce. It's a danger I face every day. So, Max, what do you think? A regular 007. Are you sure? Clint, baby, would be nervous. But get moving! You're beginning to think you're stalling. Clint. Baby. Who's stalling? I'm just waiting for my buddy to come here and check out this spectacular view. I can't use these things together. I can't use these things together. I can't use these things together. Not done. Yes. We have Tear. We have Tear. We have to run. We have to run. We have to run. We have to run. We're running too well. We are in the bucket. We're running too well. We're running too well. Sie muss der Instruktor sein. Wie kannst du den Schmuck nehmen? Nach einem Zeitpunkt wird deine Nase schlafen und du wirst mir nicht interessieren. Vertraue mir. Bye. So long, Cutie. Zurück zum Dings. Vielleicht können wir... Ich kann diese Dinge zusammen nutzen. Echt nicht? Ich kann... Ich glaube wir brauchen eine Schere oder so irgendwas. Ich kann diese Dinge zusammen nutzen. Hm. Wir haben aber keine Schere oder so irgendwas. Und mit der Pfeile funktioniert es nicht. Ich kann diese Dinge nutzen. Ich kann diese Dinge nutzen. Jetzt ist das Kostüm mit Tarn. Uh. Ich kann diese Dinge zusammen nutzen. Schade eigentlich. Okay, wir brauchen das Fell um auf das Dings draufzutun. Wir brauchen die Sachen. Okay, okay, okay. I get it, I get it. Wir brauchen eine Schere. Woher kriegen wir eine Schere? Wir werden sie schon finden. Das machen wir dann das nächste Mal. In der Zwischenzeit gehen wir mal wieder rauf zum Auto. Das heißt, wir müssen bei irgendeinem von den anderen Dingen irgendwo eine Schere kriegen. Na gut, wie schon gesagt, das machen wir dann mal irgendwo, wenn wir schon noch eine herkriegen. Bis dann. Schönen Nachmittag. Schönen Schlaf. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.